Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video Die ersten 16. Double Bass Grooves für Schlagzeuger Die folgenden 6 Übungen stammen aus meinem Schlagzeuglevel The Drum Book aus dem Kapitel 1121 Double Bass Drumming. Ich spiele jede Übung jeweils 4 Takte lang mit einer Achtelnotenbeckenbekleidung und 4 Takte lang mit einer Viertelnotenbeckenbekleidung. Und wie ihr der Notation gleich entnehmen könnt, habe ich alle Übungen mit einer Hi-Hat notiert, spiele aber im Freestyle-Modus auch mal China, Crash, Riot und so weiter, um etwas Abwechslung ins Spiel zu bringen. Viel Spaß, auf geht's! Viel Spaß, auf geht's! Spiele 진 51. Spiele 400 appreciation Spiele 1000 Spiele 500 Untertitelung. BR 2018 Das waren die ersten 16. Double Bass Cups für Schlagzeuge. Viel Spaß beim Üben und Ausprobieren. Und wer noch mehr an Noten und Inspiration zu diesem Thema haben möchte, findet diese in meinem Schlagzeuglehrbuch zu Brumbook. Der Bestelllink ist unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.